Musik Meine Damen und Herren, wir verlassen nun unsere augenblickliche Höhe und setzen zur Landung in Lissabon an. Bitte schneiden Sie sich nun wieder an und stellen Sie beim Aufleuchten der Zeichen auch das Rauchen ein. Danke. Meine Damen und Herren, in ein paar Minuten werden wir in Lissabon landen. Bitte steigen Sie Ihre Zigaretten. Danke. Na, Schätzchen, kommst du zurecht? Ich glaube schon. Ich finde, wir sollten mit langsamer Flugzeugen fliegen. Nie schafft man alles in Teilen. Na, heute geht's. Danke. Schön. Sag mal, das ist doch kein Sinkflug mehr. Wenn ich nicht irre, drehen wir jetzt schon den zweiten Holdingpattern. Na und? Na, das stimmt doch was nicht. Ja, bitte. Frag doch mal, was los ist. Na, das kann doch nicht wahr sein. Wie machen Sie den Jux mit uns? Aber die haben uns schon zum zweiten Mal die Anweisung gegeben, auf 3000 Meter zu bleiben. Unter uns hängt die Coronado von der Suisse her, die warten auch. Haben Sie einen Wunsch, Käpt'n? Hör mal, Mädchen. Hör mal, Mädchen. Ja? Siehst du mich? Ja, natürlich. Bist du sicher, dass ich hier sitze und nicht zu Hause im Bett liege und träume? Ja, ganz sicher. Dann sitze ich also tatsächlich. Es stimmt, also es stimmt. Hältst du das für möglich? Was denn? Ja, was uns der Tauer erzählt. Da sollte man im Düsenzeit alter nicht für möglich halten. Aber unsere Maschine muss landen, sonst kommt der ganze Flugplan durcheinander. Schaffen Sie den Stier weg, notfalls mit Gewalt. Hey, Madonna, dieses Tier ist wert eines Vermögens. Er wird sein Star in der Arena nächsten Sonntag. Na und? Die Wartezeit kostet uns auch eine Million. Oder sollen wir für Tausende Treibstoff in den Wind pusten? Meine Liebling darf nichts passieren. Suchen Sie andere Flughafen. So weit kommt es noch. Holen Sie die Polizei und lassen Sie den Stier erschießen. Erschießen? Den Stolz von Rivatoglio? Aber die Maschine muss landen. Oh, Senor, warten Sie, bitte, zehn Minuten, por favor. Nur, nur, zehn Minuten, nur. Hören Sie, Stuart, stimmt aber es nicht. Aber warum, mein Herr? Sie können mich da nicht für dumm verkaufen. Ist das mit dem Fahrwerk? Nein. Wir drehen hier Kreise ohne zu landen, finden Sie nicht auch? Senorita, por favor, tenemos un aterrizaje peligroso? Un momento, Senor. Nosotros no tenemos permiso de aterrizaje. Will this be a dangerous landing, Miss? I don't believe that, Madam. There's no reason to think so. Ah? Da unten tobt ein Stier auf der Runway. Das ist nicht wahr. Das erzähl du mal den Leuten. Tuschen Sie gefälligst nicht so. Sagen Sie uns ehrlich, was los ist. Meine Damen und Herren, es besteht absolut keine Gefahr für uns und unsere Maschine. Aber es hat sich tatsächlich etwas Kurioses ereignet. Wir können nicht landen, weil ein Stier auf der Landebahn ist und sich nicht vertreiben lässt. Das ist alles ganz schön. Wie viel Treibstoff haben wir noch? Noch für 2 Stunden und 40 Minuten, Captain. Na, na, können wir es ja noch gut und gerne ein Stückchen aushalten, nehm uns ein Ordinary zu. Alitalia 112, diesen in the holding pattern to 6.000 feet. Report reaching 6.000 feet. Over. Alitalia 112, welcome. Er ist unversehrt, mein Liebling. Haben Sie gut gemacht, bravo. Sie bekommen Freibirge. Er wird nicht von der Polizei erschossen. Mein Stolz, er wird am Sonntag die Zuschauer in der Arena begeistern. Da, Senor, Sie kommen, Ihre Flugzeuge, einer nach dem anderen. Nun brauchen Sie nicht mehr aufzuregen wegen den 10 Minuten. 10 Minuten? 20, Senor Ramirez. 20 Minuten? Pacienza. Was sind 20 Minuten, wenn der Tag ist lang? Unser Erlebnis von gestern dürfen wir übrigens keinem erzählen. Das glaubt uns nämlich niemand. Ja, das hat der Käpt'n auch gesagt. Glauben Sie, dass Käpt'n Rudolf mit mir zufrieden war? Mit Ihnen sind alle Kapitäne zufrieden, Herr Krause. Sie sind doch einer der beliebtesten. Wird gleich. Wissen Sie, Fräulein Kroner, ich stamm aus einer rein bäuerlichen Familie, alle vorfahren Landwirte. Für mich ist es ein Wunder, dass ich es geschafft habe. Aber Sie haben es mit Recht geschafft. Ja. Ich glaube, ich musste fleißiger arbeiten als die meisten anderen. Hatten Sie Prüfungsangst? Ja, sehr. Prüfungen sind etwas Schreckliches. Ach, Herr Krause, das sagen Sie mir gerade jetzt. Wieso? Ich habe doch nächste Woche meine Prüfung. Was denn? Sie soll Chef der Kabin werden? Ja. Na, da gratuliere ich aber herzlich. Um Gottes Willen, nur nicht gratulieren. Ich habe es ja noch gar nicht geschafft. Ach, und dann kommt der Checkflug. Da sieht einem der Prüfer bei jedem Handgriff auf die Finger. Und davor haben Sie Angst? Ja, ich büffle schon Tag und Nacht. Vor allem Französisch. Mensch, Dagmar, du hör schon mal auf zu büffeln. Du machst doch kein Staatsexamen. Du hast gut reden. Du wirst nicht geprüft. Warte mal ab, bis du so weit bist. Mich machen die nie zum Chef der Kabine. Dafür habe ich eine viel zu große Klappe. So. Und nun machst du mal eine vierte Stunde Pause. Ich muss noch ein bisschen Französisch lernen. Du? Du sprichst besser Französisch als ich Deutsch. Wurdest du weiter mit mir zusammen, wenn du avanciert bist? Nein, dann miete ich mir ein Schloss. Also mit dir muss man heute wirklich vorsichtig sein. Was würde aus dir werden, wenn du nicht eine so sanfte, rücksichtsvolle Mitbewohnerin hättest? Nein, nein. Dann hätte ich meine Ruhe. Na nun, erwartest du Besuch? Einen Tag vor der Prüfung. Komisch. Fräulein Dagmar, Kroner? Ja, das sind wir. Bitte. Danke. Moment, Fräulein, das ist noch nicht alles. Danke sehr. Sie sind doch Stewardess, nicht wahr? Ja. Warum? Boah, vielleicht kann man dann mal bei Ihnen landen. Ha, 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 ha. Witze in dieser Art sind alle schon gemacht worden. Geben Sie sich nur keine Mühe. Ich dachte bloß, wir können vielleicht mal zusammen plaudern. Und was sagt der Postminister dazu? Haben Sie keine Telegramme mehr auszutragen? Nein, ich hab Zeit. Aber ich nicht. Sie sehen doch, wir haben wichtige Post bekommen. Was gibt's denn? Telegramme für dich. Ach, interessiert mich jetzt nicht. Mach du bitte aus. Das hat dich zu interessieren. Alles Gute für morgen, drücke beide Daumen Mutter. Gib von ihr. Toi, Toi, Toi und Hals und Beinbruch, Cherry. Ach, Cherry, der Gute. Sieh mal an, gibt's denn auch noch? Ach, das war doch nie was Ernstes. Herzlichen Glückwunsch zur neuen Position, Ihr Doktor Becker und Familie. Nun, da gratuliert aber ein bisschen früh. Ein Glückwunsch vor der Prüfung? Das hätte nicht kommen dürfen. Ilse, das ist ein ganz schlechtes Vorzeichen. Guten Morgen. Guten Morgen. Toi, 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 Fräulein Kroner. Vielen Dank. Sie werden es schon schaffen, ich bin ganz sicher. Hoffentlich. Meine Damen, etwas möchte ich Ihnen unbedingt noch mit auf den Weg geben. Sie haben nachher keine Zeit, Ihr Make-up zu erfrischen, beziehungsweise zu erneuern. Tragen Sie Ihr Fond de Tant gründlichst auf, massieren Sie es gründlichst ein, dann brauchen Sie nur noch den Lippenstift eventuell nachzuziehen. Herein, bitte. Oh, entschuldigung, bitte. Sie wollen zur Prüfung? Ja. Eine Tür weiter, bitte. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Bitte schön, auf Wiedersehen. Vielen Dank. Und jetzt, erzählen Sie mir den Siege des Passagers, bitte. Und jetzt, erzählen Sie mir den Siege des Passagers. Also, es ist auch noch Spanisch angegeben. Und jetzt, erzählen Sie mir den Siege des Passagers. Ach, Fräulein Kroner, einen Augenblick, bitte. Entschuldigung. Herr Ronneker. Fräulein Kroner, Ihr Checkflug ist übermorgen, Flug 370-71. Nur, Sie kennen die Flugnummer. Athen, Istanbul, Herr Ronneker. Bestimmt. Tja, also dann. Soll das heißen, dass ich die schriftliche und mündliche Prüfung bestanden habe? Ja, das ist demnach wohl anzunehmen. Frankfurt Tower, this is Lufthansa 370 Pre-Flight Check on 118.7. How do you read? Frankfurt Tower, reading your file. Frankfurt Tower, roger. Captain. Ja, bitte. Kabine fertig zum Start. Türen geschlossen, Papiere an Bord, Galley gesichert. 12 First, 67 Economy. Alle Passagiere angeschnallt. Danke, Fräulein Kroner. Ach, das ist Ihr Checkflug. Ja, Captain. Nun, alles Gute. Erbitten Sie Taxi-Clear. Spür das, kann ich ein Glas Wasser haben? Wenn Sie wünschen, können Sie auch Juice haben. Nein, bitte Wasser. Ich muss meine Pillen nehmen und zwar vor dem Essen. Selbstverständlich, mein Herr. Sie bekommen es sofort. So, bitte. Danke sehr. Fräulein, können Sie mir einige technische Einzelheiten über die 727 sagen? Aber gern. Unsere Boeing 727 hat eine Spannweite von 32,92 Metern und eine Länge von 41,96 Metern. Die Reisegeschwindigkeit beträgt 930 Kilometer pro Stunde. Und die Motorleistung, Kindchen, das ist das Wichtigste. Das sind 3 mal 6.350 Kilo Pond Schub, mein Herr. Und Kosten tut die Maschine ohne Ersatzteile 18,5 Millionen Mark, mein Herr. Ganz nett, wirklich ganz nett. Also, danke. Meine Damen und Herren, wir werden in wenigen Minuten in Istanbul landen. Ich bitte Sie, sich wieder anzuschnallen und später das Nichtraucherzeichen zu beachten. Ich bitte Sie, sich da anzuschlafen. Schub, mein Herr. Untertitelung. BR 2018 Hat ihr jedes Anwerk sein Strasse für sich? Ja, das ist die Straße der Kupferschmiede. Oh, hübsch ist das. Sieh mal, wer das macht. Oh, es ist wirklich schön, dass noch nicht alles gemacht wird in Fabrik, nicht wahr? Das ist ja der Erdboot. Durchflickende Teppiche. Bitte. Ich möchte mir am liebsten jedes Mal einen mitnehmen. Ja, aber wo Ihnen damit in euer Kleinwohnung... Musik Du, das ist eine der schönsten. Die Sultan-Ahmed-Moschee oder auch Blaue-Moschee genannt. Im Innenraum sind fast nur blaue Faillancen. Da müsstest du unbedingt rein. Ach, weißt du, müsste man wochenlang ihrbleiben, um das alles zu sehen. Oh, das hat ja sechs Minaretten. Das ist aber sehr viel, nicht wahr? Stimmt. Alle Moscheen in Istanbul haben nur vier. Aber weißt du, zuerst wir wollen zur Hagia Sophia. Das ist doch die berühmteste von allen. Wollen wir rein? Ja, aber die hat nur bis 17 Uhr geöffnet. Oh, wie schade. Wollen wir morgen früh nochmal rein? Nein, morgen früh müssen wir pünktlich beim Briefing sein. Ja, du hast recht. Ich will auch nicht zu spät kommen. Weißt du, wenn Käpt'n Kramm einen so todernst ansieht, ich kriege Angst. Ich glaube nicht, dass er wirklich böse ist. Der hat nur irgendwann einmal sein Lächeln verloren und die wiedergefunden. Na, dann muss man ihm beibringen. Weißt du, es hat ihm noch niemals ein Crew jemals lachen gesehen. Interessierst du dich für ihn? Ich interessier mich grundsätzlich für jeden interessanten Mann. Aber weißt du, er ist wirklich nie fröhlich. Und zu allem Unglück ist sein Vorname noch Ernst. Sogar Dr. Ernst, Kramm. Ich glaube, er ist sehr klug. Und wenn man ist sehr klug, man kann nicht sein sehr lustig. Vielleicht kann er nur nicht richtig aus sich herausgehen. Manche Menschen lachen inwendig, Alice. Pah, der lacht auch nicht inwendig. Ich habe Angst vor ihm. Weißt du, vor wem ich Angst habe? Vor meinem Prüfer. Na, hör mal. Du strahlst so viel Sicherheit aus wie eine Rettungsring. Ach, sag das bloß nicht. Ein Schnitzer kann jedem mal passieren. Ich habe richtig Angst, dass ich morgen noch was verpatze. Der Rückflug gehört schließlich auch zur Prüfung. 48 Breakfast. All right. Basket of fresh fruit. Thank you. SRT's cheese board. That's all. Thank you. Goodbye, Miss. Goodbye. Very nice trip. Thank you. Na, alles in Ordnung, Frank Kroner? Ich hoffe. Haben Sie die Zollliste da? Ja, bitte. Marker. Und die Währungstabelle haben Sie auch da? Ja, hier. Na, auch die Buchkriegung klappt. Ich weiß gar nicht, wozu ich eigentlich mitgekommen bin. So, bitte sehr. Sag mal, du, wir haben da mal wirklich ein Problem. Komm doch bitte mal mit nach hinten, ja? Was gibt's denn? Ein schwieriger Fall, du hast es schon sehen. Pardon. Ich hab keine Ahnung, wie ich das Ding dazukriegen soll. Geht es wirklich nicht, Monsieur? Konstantinagos. Nikolaus Konstantinagos. Bin untröstlich, mein Parzell. Oh nein, das geht wirklich nicht. Tut mir leid. Aber wissen Sie, wenn nicht anschnallen können, lassen wir doch. Ich schon sitzenbleiben. Mit meinem Gewicht. Nur eine Stunde nach Athen. Tut mir leid, Monsieur. Sie müssen bei Start und Landung angeschnallt sein. Einen Augenblick, bitte. Bitte sehr. Der Verlängerungsgurt muss her. Der ist nicht da. Jedenfalls können wir das Ding beim besten Willen nicht finden. Also es soll ja heute gutes Wetter sein. Nein, so geht es nicht. Ja, was willst du denn tun? Es müssen längere Gurte montiert werden. Mensch, sag mal, das bedeutet für uns ein Delay von einer, von einer halben Stunde mindestens. Tut mir leid, aber es geht nicht anders. Ein Moment Geduld, Monsieur Konstantinagos. Ich sag nur dem Käpt'n Bescheid, dass er einen Mechaniker anfordert. Bin untröstlich, Mademoiselle, dass ich so viel Schwierigkeiten mache mit meinem Bauch, ne? Aber ich nicht kann abschneiden. Lufthansanien, Soptan. Kalkmik, Olmazi, Lazimbi. So, und glaube, das passt. Passt wie angegossen. Na also, vielen Dank. Nicht so lang. Wiedersehen. So. Passt wie angegossen. Käpt'n, jetzt sind alle angeschnallt. Nun, dann können wir ja wohl. Ja, ich weiß, 20 Minuten Delay, aber ich dachte, wenn er sich im Emergency-Fall das Genick bricht, dann... Glauben Sie, dass ich was falsch gemacht habe? Das glaube ich nicht. Und sollten Sie wegen dieser Geschichte Schwierigkeiten bekommen, dann berufen Sie sich auf mich. Danke, Käpt'n. Er bitt uns die Rolle frei. Also, er will mal so sagen. Prost, mein Junge. Ich hab dir noch gar nicht gratuliert. Mein herzlichsten Glückwunsch, Holger. Na ja, ich hab's gerade so geschafft, aber es ist Dagmar hat mit Belobigung bestanden. Das ist doch eine Art Summa Cum Laude. Trotz Ihres dicken Mannes. Sie dachte schon, das wäre der Stein, über den Sie stolz. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Der Mann hat bezahlt, also darf er mitfliegen. Da hat sie doch nur nach Vorschrift gehandelt. Und Vorschrift ist immer so. Also, ich werd nie Chef der Kabine. Nein. Wenn ich weiß, dass ein Prüfer an Bord ist, juckt's mich gerade, zum Mikro zu gehen und zu sagen, meine Herrschaften, ist unter Ihnen zufällig ein Arzt oder ein Pilot? Das ist nicht gerecht. Unser Prüfer war ein sehr netter, verständiger Herr. Außerdem muss ja nicht immer was passieren wie mit dem Dicken. Natürlich nicht. Allerdings, Dagmar erlebt ja dauernd Dinger in der Preislage. Neulich soll sie auch mit dabei gewesen sein, dass Captain Rudolph die Sache mit dem wilden Stier auf der Runway hat. Stier ist gar nichts. Ich hab einmal in Orly ein Stunde lang nie starten können. Wegen Tieren. Wegen Tieren? Was für Tiere? Eine Bienenschwarm erging an Truckflächen. Nein, 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 da gibt's gar nicht zu lachen. Da traut sich nämlich kein Mensch vorbei. Wie seid ihr sie losgeworden? Ganz einfach. Wir haben eine, wie man die, Imker kommen lassen. Sag mal, hat's da nicht eben geklingelt? Ja, ich hatte auch den Eindruck. Ich habe nichts gehört. Ich auch nicht. Komisch. Entschuldigen Sie einen Augenblick. Käpt'n Kramm. Entschuldigen Sie, Frau Lein-Fohrner. Ich wollte denn doch zu Ihrer Beförderung gratulieren. Schließlich haben Sie ihren Checkflug doch bei mir gemacht. Ach, das ist aber sehr nett von Ihnen. Vielen Dank. Kommen Sie doch herein. Ich weiß nicht. Ich wollte nur ganz kurz. Ich störe Sie ja. Aber nein, wir feiern bloß ein wenig. Wenn Sie Zeit haben, bleiben Sie doch ein bisschen und trinken ein Glas mit uns. Ich bleibe gern. Sehr gern. Du willst wohl deinen Job loswerden, Junge. Na, hör mal. Ich habe zwei Tage off. Da kann man sich wirklich mal eingenehmigen. Ich habe morgen Dienst. Also dieses Zeug. Nie kommt man in Stimmung. Na, und? Na, und du denn ab? Na, nun, das gibt's ja wohl gar nicht. Käpt'n Kramm auf einer Party. Der Fall ist noch nicht da gewesen. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie gekommen sind. Danke sehr. Komm, ich versuche mal noch eine Vase zu flinden. Ja, das wäre lieb von dir. Perhaps she has fallen in love. Na, und wenn schon. Ein bisschen verliebt schädelt gar nichts. Auch, wenn es nicht in Erfüllung geht. Liebe ist immer très bien. Und das erst macht ein richtiger Mensch aus einem Mensch. Je comprends? Auf jeden Fall tut's ihm gut. Bei Streckenaufentaten kommt er nie auf den Wummel. Da sitzt er in seinem Hotelzimmer und denkt über Clear Air Turbulence. Kurzum. Manche Leute sind gar nicht zu, wie man immer denkt. Sie brauchen bloß mehr aus sich herausgehen. Aber wie kriegt man sie aus sich heraus? Wie man sie kriegt? So. Na, zufrieden? Und ob. Das heißt, jetzt kommt erst die Bewährung in der Praxis, ob einen die anderen als Autorität anerkennt. Na, hör mal, für mich warst du immer schon Autorität. Na, muss man nicht mehr schnanzen. Man kann auf sanfte Weise energisch sein. Und das macht gar nichts. Und mehr wollen Sie nicht erreichen, Fräulein Kroner? Na, ist das nicht genug? Was soll ich denn noch erreichen, Herr Ronegger? Zum Beispiel von drei auf vier Düsen umsteigen. Transatlantik. Fernost. Das hat ja bei mir wohl noch Zeit. Meinen Sie? Nun, ich habe mir sagen lassen, dass auf den Interkontinentalstrecken zur Zeit ein gewisser Engpass besteht. Und da Sie ja nun immerhin schon eine ganze Weile dabei sind. Wieso? Heißt das denn... Im Ernst? Wenn Sie nichts dagegen haben. Mir tut es ja leid, dass wir Sie für unsere Sektion Kontinent verlieren, aber das ist nun mal die Entwicklung. Nein. Ich werde verrückt. Dagmar mustert von Dunkelblau auf Türkis um. Pass mal auf, da steht ja totschick. Oh, und das ist kein Scherz? Nein, das ist eine offizielle Mitteilung. Oh, gratuliere, Schätzchen. Wenn wir auch jetzt nicht mehr zusammenfliegen. Tja, jetzt kommen natürlich erst noch mal vier Wochen Umschulung auf die Boeing 707. Ja, aber dann geht's los. Und passen Sie mal auf, in ein paar Jahren sind Sie auch da wie der Chef der Kabine. Hallo Dagmar! Auf vier Düsen umgestiegen? Ja. Na, du kriegst jetzt die Welt zu sehen. Und unser 1 Krebs in Europa rum. Na und, ist das vielleicht nicht? Europa kenne ich wie meine Handtasche. Aber du, grüß mir übersehen. Na und, ist das vielleicht nicht mehr. Na und, ist das vielleicht nicht mehr.